So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heute mit einer ganz besonderen Folge Ja, jetzt machen wir endlich das, was wir uns schon ganz lange überlegt haben, was wir machen wollten Was ist es heute? Wir schauen uns zusammen Schmuddelfilme an Genau, ein Essen dabei, wir schmieren uns dann mit Keks Stimmt, wir haben überhaupt noch nie über irgendwelche Softpornos gemacht zum Beispiel Könnte daran liegen, dass wir einfach keine Gännen haben Also ich ebenfalls kenne ganz wenige Was sind Softpornos jetzt? Die, die man früher sind 17 mit Ingrid Steger und sowas? Wahrscheinlich, Liebesgrüße aus der Lederhose Meine Eltern haben einmal einen aufgenommen, der hieß Liebe in 3D Ja Ingrid Steger, den habe ich mir sogar damals heimlich angeguckt Oh Elisabeth Volkmann Da hat man wahrscheinlich Brüste gesehen Oh mein Gott, verrückt Ich werde ganz rot Ingrid Steger, ja, die habe ich ja schon kennengelernt Nein, aber heute, es ist sozusagen eine verspätete Jubiläumsfolge Ja Also wir hätten am 1. oder 2. April etwa Wir hätten zwei Jahre Filmtipps mit Garmin Olli gehabt Was natürlich großartig ist Wer hätte das gedacht? Keiner von uns Weil wir haben auch schon seit über zwei Jahren Corona Auch wenn jetzt alle so tun, das wäre es nicht mehr Es ist ja trotzdem nur irgendwie ein Thema, gelegentlich Und da haben wir gedacht, wenn das auch andere machen Und da wir uns sowieso nur von dem speisen, was andere vormachen Und versuchen das lieblos zu kopieren Machen wir ein Reaction Video Auf uns selbst Ein Reaktionsvideo? Ein reaktionäres Video Was ist das denn? Wir gucken uns unsere erste Folge an Mit euch, jetzt hier Ihr werdet quasi gezwungen, wenn ihr die neueste Filmtippsfolge sehen wollt Einfach unsere alte, um nochmal zu gucken Und dann reagieren wir darauf Sehr schönes Bild Und wenn wir von uns selber fasziniert sind Dann reagieren wir einfach in der Form, dass wir es einfach gucken und gar nichts sagen Und weil es damals erstes Thema Grusel war Wenn wir dann nachschlagen, damit es nicht völlig ohne Anspruch ist Noch jeder einen Das ist so schlecht Jeder noch einen Gruseltipp geben Weil es gab ja noch seit zwei Jahren doch noch andere Gruselfilme Ja, bestimmt Ich starte jetzt einfach mal jetzt Das läuft aber nicht Ich starte jetzt Herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren Zu einer vielleicht mehrteiligen Rubrik Wenn sie Ihnen gefällt Wir sind uns natürlich bewusst, dass in der derzeitigen Situation Es vielen Leuten nicht gut geht Und dass es eine tragische Situation ist Aber Wir wissen auch, dass sehr viele Leute einfach jetzt zu Hause sitzen Und sehen müssen, wie sie die Zeit totkriegen Und deswegen haben wir ein paar Filme rausgesucht Zu verschiedenen Genres Und wollen Ihnen zu jedem Genre mal so drei Filmempfehlungen liefern Wo kann man da Pause machen? Da oder da? Nur einfach hier drauf drückst Okay Kannst du quasi laufen lassen So Sehen wir eigentlich jünger aus? Zwei Jahre mindestens, ja Aber ich weiß nicht Ich bin recht dick angezogen Deswegen wirke ich vielleicht ein bisschen fülliger Jetzt bin ich genauso füllig, aber nicht so dick angezogen Das heißt wahrscheinlich zugenommen Ich frage mich klar, ob ich die gleiche Rose an habe Aber nein, habe ich nicht Nein, habe ich nicht Ich erkenne welche das ist Aber die habe ich auch noch Logisch Ich fand es interessant damals, dass wir uns so ein bisschen Oder du dich für uns ein bisschen entschuldigt hast Dass wir jetzt so etwas machen Dass wir in so einer schwierigen Zeit Mit etwas Leichten um die Ecke kommen Wir uns aber zwischendurch jetzt nicht nochmal entschuldigt haben Dass wir trotz des Ukraine-Kriegs einfach weitermachen Ja, der übrigens auch sehr schlimm ist Wollte ich nochmal kurz erwähnen Aber das wissen wir, glaube ich, auch alle Wer es doch nicht gemerkt hat Krieg ist nicht gut Nein, das ist doch wirklich eine Katastrophe Es ist fürchterlich Aber ich finde es auch richtig Nach wie vor Bei allem, was ich mir an Filmpodcast oder sowas auch angucke Oder anderen Dingen Was ich denke Jeder weiß Was derjenige Also ich gucke mir einen Filmpodcast an Weil ich mir einen Filmpodcast angucken muss Und es ist völlig okay Wenn nicht zu Beginn von so etwas jeder sagt Sorry, dass wir uns jetzt über belanglose Filme unterhalten Obwohl irgendwo etwas Schlimmes ist Das weiß ja jeder Und ich finde, das ist auch Ich hatte einfach damals das Bedürfnis, das zu sagen Einfach aus der Situation heraus Weil natürlich Das fing ja da gerade erst an Und die Folgen waren da ja noch überhaupt nicht abzusehen Es ist teilweise besser gelaufen Als ich es befürchtet hatte, ehrlich gesagt Auch was finanzielle Hilfen und sowas anging Für viele Leute Aber es war ja da Naja, 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 naja Das ist auch relativ, glaube ich Ja, für manche Manche finanzielle Hilfen Mussten ja auch zurückgezahlt werden Auf eine ganz komische Art und Weise Ja Also wir sind ja aus der Sache fein raus Weil wir ja Gott sei Dank fest angestellt waren Bis jetzt sind wir ja relativ gut durchgekommen Ja Und Was definitiv nicht besser gelaufen ist Die Länge Ich meine Klar sagen jetzt vielleicht ganz viele Das war ja klar, dass das nicht innerhalb von drei Wochen auszusitzen ist Aber damals sind wir in den ersten Lockdown gegangen Nach unserer Generalprobe von Born to be Wild Mit dem Gedanken Vielleicht machen wir ja in fünf Wochen dann weiter Es wurde ja dann systematisch immer weiter verschoben Verschoben, verschoben Und haben wieder gemacht Und Ich muss mich jetzt auch nicht dafür entschuldigen Dass ich mich entschuldige Nein, das wollte ich auch nicht sagen Weil ich finde Es war einfach in dem Moment Hatte ich das Gefühl Dass das so ein bisschen unverhältnismäßig ist Weil es wirklich ja auch Ich meine es sind ja viele Menschen gestorben Und sowas Aber es war ja Um nochmal zu sagen Oder ich weiß nicht Was du eigentlich jetzt im Vorfeld sagen wolltest Wie es dazu gekommen ist Dass wir einfach ja auch geguckt haben Das haben wir da gar nicht so richtig Aber dass wir ja das Theater auch immer geguckt haben Was kann man denn ins Netz stellen Und wir gesagt haben Bevor wir jetzt uns hinsetzen Und Texte vorlesen Oder Szenen spielen Aus verschiedenen Kameras Machen wir doch lieber etwas Was von uns kommt Was zu uns gehört Was wir sind Nämlich sowas Das war eigentlich der Gedanke dahinter Ja, ich finde es übrigens witzig Man sieht hier unten Den Gliedermaßstab Genau Damit wir die zwei Meter Das haben wir extra hingelegt Erstens damit wir wissen Dass der Abstand stimmt Und zweitens damit die Leute Die Zuschauer sehen Wir halten uns dran Jetzt heute halten wir uns nicht ganz so dran Aber die Situation hat sich auch geändert Absolut Und haben wir uns ja dann auch zwischendrin Also wir haben ja auch schon woanders wieder gedreht Aber das war ja damals auch der Versuch Das an einem Ort zu machen Der sozusagen okay geht Und es war damals Wenn du dann zu uns gekommen bist Du bist auch nicht in die Wohnung gekommen Wir sind da vor der Tür geblieben Haben dann noch ein bisschen gequatscht Und dann bist du wieder gegangen Soll ich mal weitermachen? Ja, machen wir weiter Das dauert ja insgesamt nicht so lang Weil wir haben das ja nie wieder hingekriegt Dass die ersten Folgen ja immer nur so neun Minuten gedauert haben Und wir haben trotzdem über die Filme geredet Und wir haben auch irgendwie Wir haben anders über die Filme geredet Vielleicht haben wir auch schneller geredet Oder wir sind einfach älter geworden Und labern immer mehr durchs Zeug Ich muss dazu sagen Dass es mir sehr sehr schwer gefallen ist Mich auf drei Filme festzulegen Pro Genre Denn wenn man da erstmal drüber nachdenkt Dann fallen uns gerade Wahnsinnig viele Filme Wir sind ja sehr große Filmfans Ich möchte fast sagen Wir sind Cineasten Ja, wir sind Cineasten Haben wir schon darauf hingewiesen Es sind übrigens nicht explizit unsere Lieblingsfilme Ich hab das leid Sondern es sind Weil wir das eben nicht benennen können Sondern es sind Filme Wo wir einfach sagen Die könnte man sich mal angucken Oder wo man auch in der Bindung sagt Oder die besonders sind wegen irgendwas Folge 1 Grusel Grusel Meine erste Grusel-Empfehlung Ist ein Film aus dem Jahr 2009 Des Namens Coraline Das ist ein Animationsfilm Ein Stopp-Motion-Film Der mich schon aus persönlichen Gründen Weil ich selber kein Stopp-Motion-Film mache Und weißt du das jetzt inzwischen? Das fasziniert Und das ist halt Quasi noch nicht Das ist ein Kinderfilm Das ist wirklich auch ein bisschen Du kennst den dort Ich hab ihn aber nicht gesehen Ein Satz, den ich häufig sage Ein kleines Mädchen Zieht in ein neues Haus Findet da eine versteckte Tür Kommt in eine Art Parallelwelt Wo dieselben Menschen leben Wie in ihrer Welt Mit Knöpfen in den Augen Sört man wieder den Wind rauslösen Aber wir haben wahnsinnig Glück Aber es war ja ein Bomben-Sommer Oder Frühling Ich glaub er ist ein bisschen Stopp Kannst du was? War ja ein Bomben-Frühling Wenn wir das jetzt Das wäre in den letzten zwei Jahren So nicht gegangen Nein Nicht in März, Februar Nee da war es ja jetzt echt Auch scheiße kalt teilweise Und wir sind ja zwischendurch Auch mal wieder unten gewesen Und einmal für letztes Jahr Für die Jubiläumsfolge Waren wir auch unten Dann bin wir ganz kurz runter Es hat ja geregnet Und es geht gar nicht Mit dem Mikro Was wir da haben Also Dass es so funktioniert hat Wobei wir sehr lustige Konstruktionen Man sieht es in ein, zwei Folgen Auch sehr lustige Konstruktionen hatten Wie wir die Kamera quasi Vor dem Schall schützen wollten Mit Sonnenschirn Und mit Mülltonnen Und manchmal ist das Auto Auch näher herangefahren Genau Und den Sonnenschirm hingestellt Damit der Es kam auch manchmal die Nachbarin raus Und hat dann Müll weggepackt Und ihr war das auch egal Ob wir da jetzt was reden Der Postmann kam gerne mal vorbei Von seinem Leid geklagt Wie das so ist heutzutage Und einmal kam auch ein Eichwärtschen vorbei Oh ja Da gab es ein großes Hallo von Gabi Von den Machern Die auch Ich will es auch was Falsches sagen Die auch Korpspride und sowas gemacht haben Aber ich glaube es ist kein Nicht Tim Burton initiiert Okay Ja Aber es ist glaube ich nicht mal Von den Machern Und gab es sogar Damals Das ist auch die Leica Studios Mit zwei rot-grünen 3D-Filäure Da kann man sich vor sein Damals noch Vor seinem eigenen Fernseher So setzen Und dann hat man Dieses leicht verschobene Bild Und dann setzt man die Brüder Und alles ist rot-grün Und sieht scheiße aus Aber dann hat es So einen leichten 3D-Effekt Meine Idee Ja wir hätten ja Stopp Nicht Stopp Auch viele Leute Stopp Wir hätten ja jetzt auch Batman in 3D gucken können Letzte Folge Filmwelt Haben wir über The Batman geredet Aber ich möchte das Gar nicht unbedingt Ich finde ja Dieses Dieses 3D-Ding Habe ich jetzt mal Gesehen Ist auch manchmal Ganz nett gewesen Aber irgendwie Ist es nicht meins Ich glaube das habe ich Auch schon mal erwähnt Ist ein filmisches Filmisches Ding Was ich einfach nicht Durchgesetzt hat Weiter gesehen haben Aber es lohnt sich Finde ich immer wieder Auf solche Filme Mal wieder anzugucken Und zwar The Ring Den aus dem Jahr 2002 Ist das jetzt das Original Oder Das japanische Sondern den mit Naomi Watts Die amerikanische Variante Weil ich die auch Zuerst gesehen habe Bei der vorletzten Folge Bei 2 Minuten 40 Haben wir immer noch Gelacht über Irgendwie Was ganz anderes Und haben nicht mehr Angefangen zu lachen Ich muss sagen Das ist schon der Freund im Film Aber ich weiß Ich merke immer noch nicht Was wir anders machen Weniger reden Wir haben Amts Das ist der Grund Das kann es doch nicht sein Das ist ein Film Ja das Grauen aus dem Fernseher Kommt Aber weil wir es auch So unheimlich fanden Ja die Handlung ist übrigens Die Nichte der Journalistin Rachel Die Spielsführung Stirbt unter Mr. Schiff Sie beginnt Nachforschungen Und stößt auf ein Video Mit verstörenden Bildern Die ich persönlich auch Wirklich verstörenden Verstörenden Danach klingelt immer Das Telefon Wenn man das Video gesehen hat Und eine gruselige Stimme sagt In sieben Tagen bist du tot Ja Was dann auch Der Fall ist Ich fand dieses Video Ich fand dieses Video Obwohl da tatsächlich Gar nichts Gruseliges passiert Aber ich finde es Sehr beklemmend Das hat so ein bisschen Die Grusel von so alten Fotografien Ja Ein bisschen Ja Müssen wir jetzt Dann natürlich In diesen Bildern reagieren Nö Jetzt sieht man uns halt Wie wir es das angucken Sie so Wir haben mich vor mir selbst Oder die Art von Japanischen Horrorfilm So ein bisschen Wir halten dann mal an Ein zweiter Film Ein zweiter Film aus der Reihe Grusel ist Der dritte Film jetzt Ältere Film Aber kein ganz alter Klassiker Den ich mehr stellvertretend Auch für eine Art von Film Aus den 90ern Weil ich überhaupt keine Handlung Ich sag mal Stopp Du hast keine ausformuliert Das war ein Satz Du hast nicht dieses Professor Chemitt da Zum Beispiel Aber es war halt ein Satz Mit dem Video Bla bla Und zack Und dann ist es fertig Das ist natürlich Und jetzt auch keinerlei Hintergrundinformation Ist ja auch nicht Muss man jetzt auch mal ehrlich sagen Lernt man weniger Über die Filme Als bei unseren längeren Folgen Hat natürlich auch nicht so viel Spaß Also wenn man das nicht zum Beispiel Samstag früh Frühstück Film-Tipps Und dann schaffen wir gerade mal Toast Bei den alten Folgen Ja, und bei den neuen Folgen Da kann man auch noch einen zweiten Kaffee trinken Ja, genau Und einen Kuchenback Kindzeugen Kindzeugen Großziehen Genau Filmwelt mit Gabriel und Olli Das ist ein Generationsfolgen Soll ich weitermachen? Ja, mach mal Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt Weißt du denn noch, was du für Filme vorgestellt hast? Das bist ja jetzt du Du bist ja der Nächste Ja, aber du hast ja einen vorgestellt Weißt du noch die anderen beiden, die du vorgestellt hast? Ne, weiß ich nicht mehr Hast du denn auch nicht geguckt, den Film? Ich weiß gerade auch nicht, was kommt Two Things in einer kleinen Stadt Ach, nie vergesst Aus dem Jahre 1993 Mit Christopher Ich habe auch immer mal gedacht Was wir mal als quasi Teufel An dieser Stelle muss ich leider etwas revidieren Aber Recherchen haben ja gegeben Dass der Teufel nicht von Christopher Plummer Sondern von Max von Südo Max von Südo Die man immer wieder miteinander verwechselt Hatten wir jetzt lange nicht mehr Das wir nachträglich noch Ich meine, wir wirklich klüger sind Ne, weil ich aber keine Lust mehr habe Um immer noch was aufzunehmen Gut, wir lassen die Fehler einfach drin Ich stehe die Fehler raus Oder so Ich schneide jetzt öfter die Fehler raus Und korrigiere sie nicht mehr Sondern, ah, mit dummen Gereden Aber so eine gute Möglichkeit Das rauszunehmen Manchmal mache ich es auch noch Aber ursprünglich dachte ich mal Dass das vielleicht so etwas In jeder Folge wiederkehrendes war Was auch am Anfang so ist Aber ich habe es dann irgendwann mal Nicht erzwungen Also manchmal habe ich da wirklich Sachen rausgeschnitten Bei den Anfangsfolgen Die sind ja auch Da habe ich auch nicht so viel rausgeschnitten Also es ist jetzt nicht so Dass wir da auch Dreiviertelstunde geredet haben Es ist einfach viel kürzer gewesen Also die Kamera hat damals noch gereicht Für eine Folge Der Gestalter eines alten Mannes Einen Laden Nämlich Needful Things In einer Kleinstadt aufmacht In einer typischen amerikanischen Kleinstadt Wo jeder jeden kennt Und alles, wer jeden weiß Ich weiß es nicht mehr genau Ich habe ihn auch lange nicht gesehen Aber der steht für so eine Art von Auch manipulativen Grusel Wie Menschen sich halt verhalten können Wenn gewisse Dinge in Kraft treten Der schenkt dir die Leuten Sachen Und sagt dann Dafür machst du mal das für mich Und das Und der greift die Leute da an Wo sie verwundbar sind Wo sie passieren Ich habe noch Im Inneren So Mein zweiter Tipp Ist ein absoluter Klassiker Scheinlich Ich habe so überlegt Was meine ich Es ist wirklich ein Klassiker Nicht nur des Gruselgenres Sondern der Apfel Der Filmgeschichte Kann man sagen Und zwar Shining Ja Von Stanley Kubrick Ein Ottomanser Auch Stephen King Auch eine Stephen King Verfilmung Hättest du gedacht Dass der Film von 1980 ist Ich über jetzt Den auf jeden Fall Mitte 70er Oder Na beide immer so 70er Jahre Oder spätes Diese Wallet habe ich immer wieder Ich sage aber auch immer dasselbe Na ja Weil er wahrscheinlich Proporziert wurde in den 70ern noch Jack Dick ist noch Seine 70er Jahre Frisur Ja Aber er wirkt Sehr 70er Jahre In 1980 Ist ja quasi doch Ja Ist ja 1980 Kino Aber es klingt anders Sie sind ja nicht von dem Roboter Hotel weggefahren Und haben gesagt Jetzt gehen wir ins Kino Aber das war meine Der musste ja im Moment Nachproduziert werden Posted Jack Torrent Oder wie er heißt In dieses Hotelzimmer geht Wo man nicht reingehen soll Und diese alte Frau rauskommt Verwest Und dann so lacht Ah Das fand ich Ich finde den Film Insofern Hast du eigentlich Doktor Dings gesehen? Hm? Na den Quasi die zweite Also die Fortsetzung Mit Jim McBacker Doktor Weiß ich nicht was Ne Doch gar nicht Weil der Titel jetzt auch nicht so Hilfreich ist Ob ich den gesehen habe Doktor Also wenn du ihn gesehen Hätten Spargo Nein Es gibt quasi eine Fortsetzung Von dem Shining Film Der auch auf einem Roman Von Stephen King basiert Ich weiß nicht wie er heißt Und spielt Ewan McGregor Quasi den Geil Jungen Als Erwachsenen Aha Und ich dachte erst Es ist ein Sehr viel Ich fand den gar nicht schlecht Also es ist jetzt Es ist halt auch Wieder so ein Übersinnlicher Grusel Er hat ja auch immer Manchmal was mit Logiklöchern Und sowas Also richtig Das Coole ist aber Das Ab der Hälfte des Films So nach hinten raus Die wirklich in das Overlook Hotel Zurückkehrt Und es dann Richtig krasse Querverweise Zu dem alten Film gibt Und das hat dich dann Wieder sehr gemocht Also Doktor Sleep Doktor Sleep Doktor Sleep Nein Habe ich noch nicht gesehen Guck dir den mal an Das muss ich mir aufschreiben Ist ja quasi Das ist jetzt nicht mein Tipp Aber ist ja quasi Ein gerade großes Tipp dazu Doktor Sleep Mit Ewan McGregor Also er ist erstens Unglaublich gut gespielt Er ist unglaublich gut gemacht Jack Nicholson spielt Einen Schriftsteller Nämlich Jack Und der zieht Über die Wintermonate Mit seiner Familie In ein abgelegenes Berghotel in Colorado Und die düstere Geschichte Stephen King selber Ich hätte jetzt gedacht Nach dem Motto Jack Nicholson war ja eigentlich Von vorne rein verrückt Der war ja gar keine Entwicklung Der quasi Der kommt in das Hotel rein Und denkst Seitdem würde ich es doch nicht Alleine mit meiner Frau Und meinem Kind In dem Hotel lassen Mein zweiter Mein dritter Und da habe ich jetzt mal so ein bisschen Das ist jetzt keiner Den ich schon tausend Mal gesehen habe Und man hätte Stopp Man hätte natürlich Über Scheinig noch Stunden reden können Ich hätte dich schon mal Für damals fragen können Ob du die TV Serie gesehen hast Hättest du zum Beispiel Hättest du wahrscheinlich Jetzt heutzutage auch gemacht Weil Jetzt gerade Die Frau Mir in der Serie besser gefällt Und Der Typ ist auch toll In der Serie Finde ich Der macht das gut Aber Jack Nicholson Hat Jack Nicholson Weißt du Ob der jetzt Die Figur aus dem Roman Besser trifft Ist wahrscheinlich Nicht mal so der Fall Aber Jack Nicholson Ist halt per se Irgendwie ein Psychopath Wenn er da so Vielleicht sogar Ein bisschen zu viel Weil Jack Nicholson Ist ja eigentlich Von vornherein Eine Gefahr Wie du das so sagst Der wirkt natürlich Von Anfang an Nicht mehr Der muss ja einmal Von unten nach oben Und einmal lachen Und dann denkst du schon Okay Was wollte ich jetzt noch sagen Shining Eine der krassesten Szenen In Shining Finde ich ja immer noch Oder die Die sich wahnsinnig Eingeprägt hat Ist für mich die Wo das Blut aus dem Fahrstuhl kommt Und jetzt habe ich Vor kurzem Irgendes Ist die im Film Überhaupt drin In der Form Ist das nicht so eine Trailer Szene Nein nein Ist nicht so was Dass der damals Das war ja aber Aber die ist im Film drin Ich habe jetzt gerade Vor kurzem Irgendwas gesehen Wo das als Zitat Drin war Und dann aber Rausgeschnitten wurde Oh Gott Wo war denn das Habe ich irgendwas geguckt Und da habe ich Nämlich sofort gesagt Ey das ist doch Ein Zitat von Shining Aber wieso hast du das gesehen Wenn es rausgeschnitten wurde Weil im Bonusmaterial Achso Wir haben uns das Bonusmaterial Noch angeguckt So finster die Nacht Wo es auch ein Englisches Remake von gibt Nämlich Letten die In Aber so finster die Nacht Aus dem Jahr 2008 Ein schwedischer Gruselfilm In der ersten Folge Schwedischer Film Eben Jetzt haben wir jetzt Vorhin in der letzten Filmwelt Unglaublich viel über Comic Unterhalten Aber Einige heitere Es gibt Die Film Podcasts Die bewegen sich Zu Ich erkläre jetzt gar nicht 60% In einer Comic Videospiel Blockbuster Also mein dritter Film In dieser Genre Ist ein Film Der heißt Sinister Von 2012 Die kenne ich gar nicht Entschuldigung Ich fand ihn wirklich Ich fand ihn gar nicht Stop Ich habe erwähnt Dass ich einen Film habe So finster die Nacht Eben Das war jetzt nicht mal eine Minute Das war jetzt sehr kurz Das war interessant Nee noch jemand Finster die Nacht Habe ich da überhaupt erzählt Dass es um ein kleines Mädchen geht Was Freundschaft mit Oder ein kleines Jung Der Freundschaft mit einem Vampir Das glaube ich schon Aber Das war es denn auch schon Ich meine soll sich den Film Auch angucken Wie es weitergeht Schaut euch den Film an Genau Es ist schon witzig Klar wir haben sie erwähnt Ich meine gut Wir haben es ein bisschen Wörtlicher genommen Wir geben Filmtipps Wir sagen Den Film gibt es Den gibt es Auch die Reihe Hat sich wahrscheinlich Einfach organisch entwickelt Wir zwingen uns ja jetzt Auch nicht Lange zu reden Nee gar nicht Das ist halt das was es ist Wir sind halt so Weiter Ich bin im Sinne von gut gruselig Ja gut gruselig Aber das ist der Finde ich Schlimmste Von den Breiden Die ich vorgeschlagen Ich fand den wirklich Sehr sehr gruselig Aber sind das jetzt übrigens Das ist alles Filme Die nicht durch Also die Quasi eher so ein Dispense Er ist so dazwischen Weil es gibt schon Aussehen Die sind wirklich Horrorfilm Das ist so dazwischen Wie irgendjemand von der Strasen Wenn wir dann Vielleicht von den Zuschauern Falls jemand sich das In Länge anguckt In Länge Wer von euch hat denn damals schon die erste Folge direkt gesehen Wer ist denn Fan der ersten Stunde Wer ist denn Fan der ersten Stunde Schreibt es in die Kommentare Auf dem Dachboden Die große Die große Superachtel Du bist immer noch beim Reden Das geht nur noch 27 Sekunden Als er zu ermitteln beginnt Ja aber wir sagen Tschüss Ich unheimliche Vorfälle Der ist wirklich gruselig Ich fand den wirklich gruselig Das ist ja eine Empfehlung Auch für mich Ich kenne ihn nicht Biene Kennst du ihn? Hast du ihn inzwischen gesehen? Ich kenne ihn auch Nein Hat sich ja gelohnt Dass ich ihn als Trip gesagt habe Ich würde fast vermuten Dass ich mehr Filme gesehen habe Die du vorgeschlagen hast Und die ich noch nicht kannte Als du Ja das stimmt Prissner Wahnsinn Das hat Spaß gemacht Das war ja schon Das war die erste Folge Unsere Reaction Folge Also krasse Scheiße Sag ich mal Das war die erste Folge Und Und sie ist immer noch toll Sie ist mal eben Was für zwischendurch Sag mal Die kann man sich Auf dem Klogang anschauen Genau Fürs kleine Geschäft auch Das andere ist dann schon Die letzte Filmweltfolge Ist ja keine Klo-Witze Soll ich mal Ich habe noch einen Filmtipp mitgebracht Willst du anfangen? Weil du noch kaust Dann willst du auch raus Damit die Folge nicht jetzt Aufgrund der zwei Folgen Filmtipps noch Mit einer Stunde geht Den Film habe ich nicht Nochmal geschaut Den habe ich vor bestimmt einem Jahr Eineinhalb Jahren gesehen Er heißt Scary Stories to Tell in the Dark Und ist ein Horrorfilm Von André Vridal Aus dem Jahr 2019 Und basiert auf Büchern von Alvin Schwarz Gruselgeschichten Also Gruselgeschichten Aber von einem Kinderbuchautor Also das sind eher so Es sind keine Hardcore-Guselgeschichten Aber ich mochte den sehr Weil das ist so ein bisschen Episodenhaft Also da finden Kinder Irgendwie ein Buch Und dann Wenn daraus gelesen wird Oder wie Ich weiß nicht mehr genau Werden so Ängste Also das Buch Liest die Ängste der Kinder Und das manifestiert sich dann Dadurch hat das So einen episodenhaften Charakter Auch wenn es irgendwie Alles zusammenhängt Er verwandelt sich Ein Junge Peu à peu In eine Vogelscheuche Da hat ein Junge Immer Angst vor So einer lächelnden Weißen Frau Die dann plötzlich auftritt Und überall erscheint Die diese ganz komische Ästhetik hat Das ist schon beklemmt Aber es ist nicht so Ein Splatter Mega brutal Grusel Sondern eher so ein bisschen Eher so eine klassische Gruselgeschichte Und dieses Scary Tales Also so wirklich Das ist so Programm Dass man sagt Das sind so Gruselgeschichten Die man sich so erzählen kann Und den mochte ich sehr Ist produziert von Germain de Toro Der ja sowieso Ein Meister Von solchen Sachen ist Und Ja Den schönt euch einfach mal an Und das habe ich jetzt Ähnlich kurz gemacht Wie in der ersten Folge Das ist total schön Dann habe ich ja noch Ein bisschen Zeit Für meinen letzten Grusel Filmtipp Und zwar heißt der Film Aus dem Jahr 2007 Zimmer 1 4 0 8 Auch ein Stephen King Ganz genau Es ist auch auf einer Kurzgeschichte basierend Von Stephen King Es ist Samuel L. Jackson Und John Cusack Genau Ja Samuel L. Jackson John Cusack Ähm Horror Ist es nicht Aber es ist schon Ein Gruselfilm Ich habe den auch gesehen Aber ich kann mich nicht mehr erinnern Ich finde es passt jetzt irgendwie Weil wir ja Shining In der ersten Folge hatten Auch Stephen King Und dann so Need for Things Also alle Stephen King Was soll man sagen Der meiste Horror Ich finde wir sollten uns Irgendwann noch eine Stephen King Sonderfolge Ja wir haben natürlich schon wieder viel Oh da geht noch viel Da geht noch viel Was auch gar nicht Stephen King mäßig ist Finde ich Was wir auch noch nicht erwähnt haben Das stimmt Außer die vor Ort Mike Einstein So heißt die Figur Die John Cusack spielt Der schreibt so Bücher Über paranormale Phänomene Und deckt da eben auf Dass das in den allermeisten Oder in allen Fällen Irgendwie Natürliche Ursachen hat Oder Betrug ist Oder sowas Und es gibt eben ein Hotel Und da gibt es das Zimmer 1408 Da sind schon sehr sehr viele Menschen gestorben Ich kann mal kurz gucken Wie viele es sind 56 Menschen sind in diesem Zimmer Bereits verstorben Und er quartiert sich Entgegen dem Rat Des Hotelverwalters Samuel Jacksons Quartiert er sich In diesem Hotelzimmer ein Und will da einfach Ein bisschen leben Um rauszufinden Was es mit dem Hotelzimmer Auf sich hat Und natürlich passiert das Was wir jetzt alle schon erwarten Dieses Hotelzimmer Ist tatsächlich ganz schön fies Es fängt mit kleinen Dingen an Dass plötzlich sein Bett Wieder gemacht ist Obwohl er gerade drauf saß Und das fände ich ja Im Prinzip ja gut Ja Sowas wünsche ich mir Manchmal für zu Hause Oder auch für die Kinder Zu Hause Ja Oder es ist einfach Dass die Gimmanlage ist kaputt Und es wird immer heißer Und immer heißer Und das Radio läuft auf einmal Wieder von alleine So Dinge halt Ich will gar nicht noch mehr erzählen Weil ich gar nicht zu viel Verraten will Von der Handlung sozusagen Also darum geht es Der ist dann in diesem Hotelzimmer Eingeschlossen Versucht irgendwie da auch rauszukommen Versucht rauszufinden Warum In dem Hotelzimmer So seltsame Dinge passieren Und das ist sehr spannend Und ist einfach Ja So Ein klaustrophobisch Überraschender Film Habe ich mir noch aufgeschrieben Gut gespielt Handwerklich Echt gut gemacht Ja Das ist die zweite Jetzt kommt's Habe ich mir aufgeschrieben Die zweiterfolgreichste Also wenn man es nach Kommerziellen Gesichtspunkten sieht Die zweiterfolgreichste King-Verfilmung ever Hast du das gewusst? Ne Was ist denn die erfolgreichste? Äh Green Mile Ah ok Anscheinend Echt? War die finanziell erfolgreichste Habe ich gelesen Vielleicht ist es auch nicht mehr Ganz up to date Ich könnte mir vorstellen Dass jetzt inzwischen Das S-Remake Zumindest der erste Teil Vielleicht war der da mehr Das ein bisschen noch getoppt hat Ja Was habe ich noch? Äh Die Quersumme von 1,4,0,8 Ist 13 Und diese 13 Die taucht Ungefähr 137 Mal Auf Und dann gibt's noch Was ich auch sehr hübsch finde Es ist so Ähm Es wird mal gesagt Dass Kein Mensch länger als Eine Stunde In diesem Zimmer Überlebt Und ab dem Moment Wo der sozusagen In dem Zimmer ist Geht der Film noch eine Stunde Geht der Film tatsächlich Noch 60 Minuten Was ich immer witzig finde Äh Ist ja auch der 13. Stock Eines Hotels Der immer irgendwie Verflucht ist, ne Oder sowas Ja deswegen gibt's ja Auf den 13 Stock Gar nicht Oder das Zimmer 13 Gibt's nicht Aber weißt du noch Wie die Nummer war Von dem Hotel Von dem Zimmer In Shining Wo die Frau war Ist nicht dieselbe, oder? Ob das sowas wieder Kennst du Es ist auch irgendwas Mit 1,4 Da bin ich mir ziemlich sicher Aber ich weiß es nicht mehr Okay Es könnte durchaus sein Es kommt auch Einen Namen vor Nämlich Grady Und das ist wiederum Der Fabio Nee Nee Grady ist der Hausmeister Der alte Hausmeister Genau Der eben wiederum In Shining auch vorkommt Ah ja Der sozusagen Wo der an der Bar sitzt Und Sie sind doch Der alte Hausmeister Ja 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 Irgendwie sowas Und das fand ich auch witzig Oh mein Gott Filmquiz Wir machen natürlich Heute mal wieder Ja wir haben ja leider Kamerakind Andi Ist schon In Osterferien Ist keiner da Kamerafrau Sabine Ist in Quarantäne Ja leider Und ähm Achso ich brauch ihn ja erstmal Wenn du anfängst Dann brauch ich ihn erstmal Aber Genau Nee Wo waren wir da Also wir haben es dann gemacht Dann zwei Filme für jeden Ja Oder Ja genau Machen wir es Also Erster Hinweis Ja bitte In diesem Film aus dem Jahre 1989 Spielt Rick Moranis Die Hauptrolle Hätte ich eine Idee Hätte ich auch eine Idee Ob der von 89 ist Das weiß ich auch nicht Aber mir fallen es nicht so viele Filme ein Wo der Ja Ich sag einfach mal Es ist Der kleine Horrorland Scheiße Nein damit ist es durch Damit ist es durch In dem Fall ist es jetzt durch Der kleine Horrorland Ist aus der Mitte der 80er Ah Was wärs gewesen Moranis spielt darin Den Wayne Selinski Sagt mir jetzt leider auch erstmal nichts Zu dieser erfolgreichen Komödie Wurden zwei Fortsetzungen gedreht Ah Selinski ist ein Erfinder Dessen Erfindung hier unbeabsichtigt Zum Einsatz kommt Ich habe die Kinder geschrumpft Das wäre aber auch der Horrorland hab ich gar nicht dran gedacht Aber sonst hab ich jetzt so Reine Rick Moranis Filme Gar nicht vor Eben da wäre mir jetzt auch nicht Aber gut der ist mir jetzt leider nicht eingefallen Das war eine ziemliche Oh da warst du zu sehr schnell gepopert Oh 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 Ja ich bin halt ein bisschen drauf aus Mal so ein bisschen aufzuholen Absolut Das bringt natürlich keine Probleme Hauptdarsteller dieses Films Aus dem Jahre 1990 Ist James Kahn Oh jetzt ist die Kamera rausgegangen James Kahn Jetzt habe ich noch nicht mal Ich bekenne den Namen Und ich habe auch ein Gesicht im Kopf Aber ich bin nicht sicher ob es das Richtige ist Ja das geht mir ähnlich James Kahn Ich glaube es ist ein Schauspieler Der müsste da auch schon relativ alt gewesen sein Boah 1990 Ich brauche auf jeden Fall einen zweiten Hinweis Kahn spielt darin den Schriftsteller Paul Sheldon Der einen Unfall hat Oh ja Dann ist es Misery Oder auch Sie Katie Bates Misery Da hast du drei Punkte Da habe ich drei Punkte Eins Zwei Drei Gut Aber an den hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht Von James Kahn Erster Hinweis Das ist ja ja Aber das ist leider ein bisschen Zu einfach Zu einfach Sollen wir es sein lassen Jetzt ist es leider Das hast du schon öfter gesagt Und dann wusste ich es nicht Andy Lenny Sid Und Woody Gehören zu den Protagonisten In diesem Film Toy Story Richtig Ich habe nur geguckt Ob es der erste ist Weil das hätte natürlich jetzt Was heißen können Dass Sid Sid ist aber der böse Nachbarsjunge Der ist nur im ersten Okay Es ist richtig Vier Punkte Das tut mir leid Wegen Woody war es natürlich Jetzt ist es sehr einfach Ehrlich gesagt Unter dem Aspekt Ist es natürlich besser Wenn ein Dritter die Fragen vorliest Absolut Weil es einfach dann fairer ist Wer es weiß Und meldet sich Und so hat man manchmal schwerer Und manchmal Das ist ein bisschen Aber so ist es halt Egal So ist das Leben manchmal Hey So erster Hinweis In diesem Film Aus dem Jahr 2003 Hat Stan Lee Einen Gastauftritt In welchem Film Nicht Aber 2003 2003 ist ja noch 2008 kam Iron Man raus Also dieses ganze Marvel Cinematic Universe Ist da noch nicht Deswegen Es ist bestimmt irgendein Kevin Smith Film Oder sowas Irgend so was Aber ich weiß es nicht Ich habe nicht Jan Sinopro Aber es ist keine Antwort gewesen Ich habe bloß laut gedacht Also willst du den zweiten Hinweis Ich will den zweiten Hinweis Ja Die Hauptfigur dieses Films Erleidet einen Unfall Mit Gammastrahlen 2003 Dann ist es einfach nur Hulk Von James Von Ang Lee Das ist richtig In dieser alten 70er Jahre Serie Ach witzig Das war ein sehr schöner Cameo Ach witzig Dass du den dann mit verlaufen hast Cool Achso Wir müssen uns doch verabschieden Hallo Ich wollte mich einfach nur ausmachen Vor ich mal das ausmachen Ist hier los Ich habe das Quiz gewonnen Die geht aus Nein Also das war unsere Zwei Jahre Jubiläumsfolge Auch wenn die jetzt Zwei Monate Und einen Monat zu spät Kommt Ja Zwei Jahre machen wir das schon Und ihr Treuen Fans Sprich nach da Jetzt in die Kamera Ihr treuen Fans Ihr seid einfach Total treu Und Fans Und Fans Immer noch da Und hier schon Das zu meiner Kamera Ja Also das war sehr schön Wir hoffen ihr hattet auch ein bisschen Spaß Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit noch mal in Ruhe Die erste Folge angucken Weil wir jetzt so viel dazwischen gequatscht haben Ja Oder auch die zweite oder die dritte Oder die fünfte oder die fünfte Oder die fünfte Oder die fünfte 78ste wäre auch mal wie Die 112te Genau Ich wollte noch sagen Wir bewegen uns quasi Wenn wir wirklich vorhaben Dann quasi das nach der dritten Staffel zu beenden Dann bewegen wir uns jetzt auf den Countdown zu Es tut mir auch leid Aber ich finde es ist Es ist gut Man muss auch irgendwann Sagen können Das war jetzt schön Und jetzt machen wir was Neues Genau Ich suche mir dann einfach einen anderen Gabriel Und muss das Schlitter nämlich nicht ändern Das ist ganz praktisch Unglaublich Nein aber die Filme machen wir dann schon noch Ja natürlich Und wenn wir dann aber sagen Aber man muss auch mal was Neues Wenn wir dann aber nach einem Dreivierteljahr sagen Das wäre doch ein schönes Thema gewesen für die Filmtipps Dann machen wir die einfach auch nochmal Wie so eine Band Die dann trotzdem nochmal ein Album macht Eben Wir können ja einfach sagen Wir hören auf Und dann machen wir aber eine Comeback-Tour Wie Bruce Willis Der vergessen hat Dass er seine kognitiven Fähigkeiten nachlässt Und er trotzdem noch einen Film dreht Trotzdem noch einen Film dreht Alles klar Tschüss Das war super Bis dann Bis dann